Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie, Seven Days to Die. Noch auf der, ähm, in Anführungsstrichen Flucht von dem Militärcamp. Auf dem Weg, straight away, nach Hause. Huch Gott, Junge. Warum zum Henker hast du denn da jetzt abgedacht? Tolle Wulle. Komm mal zu. Äh, das, äh, muss man jetzt nicht verstehen, ne? Ich hab gerade tatsächlich von der letzten Aufnahme her nur das Spiel kurz pausiert. Der mit OBS quasi fertig wird mit, achso, äh, Licht vielleicht noch ausmachen. Der mit OBS fertig wird mit der Aufnahme, äh, sie abzuspeichern. Ähm. Oh. Und dann bin ich hier gleich wieder rein ins Spiel. Warum der jetzt aber jedes Mal irgendwas, die vorhandenen Waffen sozusagen abfeuert, das, äh, kann ich euch nicht sagen. Ich wollte gerade schon fragen, warum, warum bin ich denn so schnell unterwegs? Ist ja, achso, doch, ich hätte den Helm dabei gehabt, ich trolle. Warum bin ich denn so schnell unterwegs? Ja, ist ja klar, weil es ja Nacht ist. Und da habe ich ja hier vollumfängliche Möglichkeiten. So, wir gehen erstmal wieder in die Munition. Das ist ja irgendwie immer das, was wir am meisten mitnehmen, Gott sei Dank. Schrotflinte. Hm. Ich will nicht sagen, lohnt sich mittlerweile, aber so ein bisschen, was geht da schon? So, was haben wir hier noch? Das ist, äh... Den können wir zerlegen und den auch hätte ich da auch mal an können, ich weiß, aber... Ihr wisst ja auch, dass ich bei sowas nicht ganz so gut bin. So, Kohle haben wir hier. Die 44er Magnum. Habe ich auch erst diese 18 oder was? Hm, okay. So, wir geben hier noch für Munition. Das ist ja die, die ich gerade dabei habe, die brauche ich ja. Kommt hier sonst noch irgendwas rein? Zumindest nicht von dem, was ich jetzt gerade habe. Hier verändern. Da kommt das Pink raus. Da gucke ich mal bei Kleidung. Was kann das? T-Shirt 2 und 9. Das T-Shirt hier kann 2 und 10. Dann, danke, tschüss. Da haben wir noch Stoff. Da kommt jetzt aber wahrscheinlich noch was dazu. Ach nee, das ist... Dann war da alles. Okay, dann... Kommt das Stoff gelöhnt hier weg. Ach so, Waffeln haben wir hier noch dabei. Hier. Dann können wir die auch eigentlich... Nein, Junge. Du sollst sie nicht ausrüsten. Du sollst sie zerlegen. Weil die jetzt zu reparieren, zu behalten, für... Für den Verkauf macht tatsächlich keinen Sinn. Das Ding hier... Komm. Nicht lange fackeln. Ab dafür. Der Händler kriegt von mir dieses wunderschöne Bauplänchen. Und dann kriegt er, glaube ich, nichts aus dieser Kiste. Warum? Ach so, weil da gibt es, glaube ich, ganz gut was für. Dann hätten wir hier noch Mods. Habe ich Mods? Nein. Warum gucke ich denn da rein? Ach so, ich hätte Farbe. Könnte ich bald eine eigene Kiste für aufmachen, für Farbe. Uh, blau. Blau ist selten. Dann hätten wir Technik. Dort kann Öl rein. Ein bisschen sehr viel Sprit. Kleber. Sonst noch was? Ich weiß es nicht. Ich glaube, nein. Doch, hier, Plastik. Ha! Ports. Da haben wir hier ganz viele. Da ganz viele. Und dort ganz viele. Da war es nicht gerade wenig hier, ne? Maschinengewehr-Teile 22. Handfeuerwaffen 23. Schockstab-Teile 21. Das kann sich sehen lassen. So, sonst noch irgendwas hier für Parts? Nee. Technik? Nee. Einschmelzen? Nee. Warum gucke ich dann da rein? Aber hier haben wir Restmüll. Da käme dann sowas rein. Und auch das hier. Och, nitrat ist echt nicht schlecht. So, den Pinsel. Habe ich einen Pinsel? Ja. Jetzt schon. Achso, Knochen. Die können doch... Die müssen doch hier auch bei Restmüll drin sein. Ja. Hm. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Nahrung. Könnte das Tierfett rein. Das, glaube ich, kommt in eine andere Kiste. Hier oben zum Beispiel. Sehr schön. Genauso wie... Ho, ho. Nett, nett, nett. Also, die Pilzdamen könnte ich gleich auch wieder einpflanzen. Erste Hilfe. Da käme dann der Gerungsalkohol. Und hier ein paar Pillchens. Und was ist das jetzt hier nochmal? Fernkampfschaden plus 400. Wasser minus 30. Ja, komm. Packen wir es da auch rein. Ich habe zwar keine Ahnung warum, aber ich packe es da einfach mal rein. So. Die hier noch. Bier hätten wir. Das hätten wir. Dieses und jenes. Und die Aloe-Wetter hätte ich hier auch in die Erste Hilfe cremen können. Gut. Dann. Und Pilze bitte an die Hand. Jetzt nimm das Messer. Nimm einfach das verfluchte Messer. Holzrahmen. Was kostet mich der? Genau, zwei. Sehr schön. So soll das laufen. Durchlaufen und dabei zumachen. So. Machen wir da so. Jetzt habe ich natürlich alles an Sprit da rausgenommen. Das ist auch nicht gut. Fünf Stück hätte ich da gerne drin. Huch. Sipp. Wir haben hier Licht. Braucht es ja nicht. So, was haben wir denn hier? Einschmelzen haben wir. So, was zum Beispiel und so was hier. Aber mehr noch. Dit hier und dit hier. Ach, ne, komm. Was soll's. Schlürre ich ja nur unsinnigerweise mit mir rum. Technik. Uh. Die ganzen Lockpicks, die ich jedes Mal vergesse, wieder mitzunehmen. Ganz großes Kino. Hartz. Diese dort. Händler. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Und Buch. und eine handgranate explosions schaden 310 230 500 das heißt dynamit hat mehr als eine granate block schaden 10 block schaden 300 explosions rados 6 5 also die ist das hätte ich jetzt nicht gedacht hast die so viel wumms hat so nahrung dankeschön wiedersehen so draußen hat man ja noch platz gehabt dann würde ich glaube ich gerne hier von was noch einpflanzen was wir da noch weg was wir da noch verplatz hatten hier vorne ist kartoffeln goldroute mais meins meins wie viele beete können wir denn machen ich glaube gar nicht mal so viel weil ich sehr viel leben eingeschmolzen habe aber hier ist noch ein bisschen was drin das passt sicher gut so beet und felder holz nitrat fleisch holz nitrat holz müsste ich hier dran es wäre jetzt auch geil wenn ich kein holz mehr hätte weil ich das die ganze zeit zu irgendwelchen wood frames verarbeite aber auch das wäre kein problem so das ist dann alles was wir an verrottenes fleisch an verrottenem fleisch hatten da kann man ja sonst nicht so viel von machen der penner einen topf ja gut beim nächsten mal so das heißt hier in restmüll kann das nitrat wieder zurück baumaterial und hier rein kommt das leben dann haben wir die kanister und dann würde ich das und das noch mal bei kaffee kaffee brauche ich nicht das ergibt keinen sinn warum sollte ich hier kaffee anbauen kann man den wieder aufnehmen steht aber beta fällt dann irgendwas um pflanzen sie können ausgegraben und woanders platziert werden ausgelaufen die pflanzen oder das bett werkzeug und sicherheit sicherheitshalber nämlich mal das ding mit mal gucken ob ich das beet reparieren kann nicht dass er sagt es kann nicht aufgenommen werden weil leben brauche ich dafür okay das kriegen wir auch hin das sollte nicht unser problem sein so okay warum kann ich jetzt hier nichts hinsetzen warum meinst du dass das nicht passt hier oben drüber ist doch nichts hier außen kann ich ihn hinsetzen aber da nicht merkwürdig so was habe ich jetzt hier dass so einer dann hier in der hofer ohne dass ich die hier einpflanzen kann. Warum geht das da nicht? Hier ist doch nichts drüber, drunter, dran. Das Beet ist in Ordnung. Schaufeln wir das nochmal weg und setzen es nochmal neu. Vielleicht ist irgendwie das System wieder dumm. Das sieht hier zwar total bekloppt aus, aber lässt auch hier keinen. Also, falls ihr eine Idee habt, warum das da nicht geht, warum ich wieder mal zu blöd bin, da was hinzusetzen. Ich bin weit genug weg. Hier oben ist eigentlich nichts drüber. Hier drüben sind ja sogar, selbst über dem hier sind ja noch Pilze. Also, das sollte eigentlich nicht das Thema sein. Ist ja an der Wand noch irgendwas dran. Nee, ne? Hm. Komisch. Höchst merkwürdig. Also, ich bin da Tipps und Vorschlägen offen, warum das da nicht passt. Nee, ich möchte das hier auch noch. Achso, ich habe ja noch einen Platz frei. Ich drollo. So, dann nochmal was Kürris. Plopp. So, schön. Entwächst und hier died. Wobei, das sieht jetzt ja wirklich ein bisschen kacke aus hier. Komm, dann machen wir es nochmal so. Weil wenn, dann will ich ja ein großes Beet haben und nicht hier irgendwie mit so einem dazwischen gefrickelten Gedöns. Also. Ich probiere jetzt aber gleich nochmal was aus, wenn ich die Beete weg habe, außer das eine. Ob ich jetzt hier schon irgendwas... Nee. Vielleicht, ne? Dass er das nicht mag, dass er noch ein Beet daneben ist oder sowas, aber... Steht hier irgendwas dahinter? Das ist ja ein Block von der Tür weg. Das wäre ja dann hier. Hm. Ich gucke gleich mal, ob man hier irgendwie ein Woodframe hinhängen kann oder sowas. Oder ob der auch blockiert. Das ist wieder Fragen über Fragen. So, die Schaufel kann weg. Der Hammer kann weg. Ich meine Woodframes gerne wieder und die Beete. So. Woodframe. Geht da problemlos hin. Auch an die Decke da nicht, weil da sind ja die Pilze. Das ist alles, äh... Alles so wie es soll. Merkwürdig. Er lässt mich hier auch nicht. Na doch, jetzt könnte ich da das Beet an die Wand setzen. Aber ich kann nicht die Blume drauf setzen. Also, falls ihr eine Idee habt, gerne her damit. Ansonsten, äh... Weiß ich nicht, warum das da nicht geht. bin ich tatsächlich überfragt. Hupala. Gucken kann ich da... Ne, was anderes ging ja auch nicht. Schade, 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 schade. Ja, dann nimmt unser Beet doch hier auch mal Formen an, ne? Es wird. Moment, ich möchte jetzt hier gerne mal... Hab ich da noch welche drin? Ne, ähm... Ähm... Ne. 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 Dann müssen wir welche craften. Und zwar... Fackeln. Tierfett, Stoff, Holz. Stof. Willst du mal bitte sortieren? Ja. Und noch ein bisschen Tierfett. Das kriegt ihr hier aus der Nahrungskiste raus. Jawohl. Oder so. Wenn er mich nicht doppelt fertigen lässt, dann mindestens zweimal einfach. So, dann... Hätte ich jetzt hier gerne mal eine Fackel. Wenn du mal hinmachen würdest. Dankeschön. So, und zwar... Äh... Eine dorthin. Und ich hoffe, dass das da geht mit den Blumen und alles. Ich sollte meinen Knüppel hier mal wieder reparieren, glaube ich. Eine dorthin. Was zum Henker ist denn dein Problem? Okay, hier geht's nicht wegen der Pflanze. Also da oben ging es. Nehmen die so viel Raum ein, dass... da oben nichts mehr dran geht? Also, falls ihr spontan eine Idee habt, warum das so ist, wie das ist, gerne in die Comments damit. Ich hab keinen blassen Schimmer. Und bin mehr als irritiert. Irgendwo bin ich ja gerade hier dran vorbeigelaufen, wo was kaputt war, oder nicht? Hm. Weil normalerweise sind die ja ein Block hoch. So, die hier sind höher, das ist mir klar. Aber selbst da blendet er das ja ein. Aber hier lässt er mich keinen... Sind hier wieder irgendwelche Geisterblöcke am Werk, oder was? Hier könnte ich einsetzen. Da kann ich einsetzen. Aber hierzwischen nicht. Als wäre hier wieder irgendwas, was da sonst nicht sein sollte. Geht hier oben auch nicht. Da? Ja. Weil ich dachte, die Dinger hier sind auch immer nur einen Block hoch. Selbst wenn die zwei Blöcke hoch sind. Komisch. Ich... verstehe das nicht. I can't understand. Nee. Warum sollte ich denn das verrottene Fleisch ausrüsten? Du Trollo. Ah, schon wieder die falsche Tür. Weil der Weg hier ist nämlich viel länger als der andere. So, wir machen das jetzt anders. Ähm, Holz habe ich noch dabei. Das ist schon mal gut. Den brauche ich jetzt ja nicht mehr. Der Werkzeuge auch nicht. Wo ist denn mein Messer eigentlich hin? Ich sage nicht, ich habe das irgendwie aus Versehen zerlegt oder weggeschmissen. Wo zum Henker ist mein Messer. Was macht es denn da drin? Oh. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. So. Leber Stoff. Kommt das mal wieder weg. Die Folge ist eigentlich schon wieder vorbei. Aber ich hätte hier gerne jetzt eigentlich noch so ein schönes Bild gehabt. Mit alternativer Beleuchtung. Und nicht mit dem mit dem hellen Licht hier. Aber wie lange brauchen die jetzt hier noch? kriege ich hier vielleicht noch eine über die Tür. Gucken. Da kann ich ein Bootframe hinsetzen. Also müsste ich da auch eine Fackel setzen können. Theoretisch. So. Dann müsste doch hier eigentlich jetzt auch... Doch. Ja. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Hat man links den Schriftzug gleich. Und dann... So. Haben wir hier eine Gartenerweiterung. Nur falls ich vergessen habe, einen Screenshot zu machen. Damit sage ich Dankeschön fürs Freundliche Zusehen. Hoffe, dass wir uns alle in der nächsten Folge wiedersehen. Und dann können wir hier auch mal ein bisschen wieder Luten fahren. Bis dahin. Tschüssi. 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 Tschüssi.